Und willkommen zurück zu The Army of Two, The Danish Cartel. Immer noch mit Peter und deiner Mutter. Anstatt einfach mal Hallo zu sagen. Deine Mutter ist was anderes für Hallo. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht. So, Messer. Meine Fresse. Faktische Hinweise. Brecher. Das sind bestimmt die, die so viel aushalten. Das wird auch lax. Geht jetzt zu kalt oder? Nee, bevor das zu viel auf dem Dings ist. Na, für jeden wird zu viel, glaube ich. Will ja nicht unbedingt mit der Kuschel, ne? Mit mir nicht? Nein. Warum nicht? Du hast gesagt nur, die, die ficken sind schwul. Die, die gefickt werden sind schwul. Siehst du? Ja, aber nein. Ich würde es trotzdem nicht machen. Jetzt komm mir nicht ans Mikro, Junge. Deine Schweißgebot hat und Fresse ist halt widerlich, ey. Alter. Ich fick dich gleich auseinander. Ich fick dich selber auseinander. Nein. Lol, und jetzt, gerade jetzt, hab ich keine, kein Schaffschützer bei euch. Ja, und wenn schon. So soll ich zum Blödsinn ziehen, der Kerl. Deine Mutter ist das so. Äh, Kerl, äh. Du bist schon da. Du hast wieder die Falten, nee, du wirst deine Maske, ich will kurz sagen. Ich seh hier kein einziges Falten, komm gleich. Da kommen sie. Panzerfaust! Ja, Panzerfaust, Leute. So geht das mal. Panzerfaust ist erledigt. Ja, Überraschung ist er doch keine Überraschung, Alter. Und der ist down. Geh weiter. Ja, ich bin so schlecht. Das gibt's einfach nicht. Ah! Kann ich hier rüber? Und zwischendurch. Hoch mit dir! Ach, muss er sein. Ich bin cool und du nicht. Ah, ich geh Treppe auf. Ich geh Treppe auf. Ich geh Treppe auf. Ich geh die Treppe auf. Ich geh die Treppe runter runter. Na komm. War doch irgendwie so eine Fotze da. Bei so einem Tanks haben wir auch, ehrlich gesagt, bei der Arbeit. Und Säure. Säure ist ja drin. Das hat es ja mitgekommen. Das kannst du auch. Das kannst du auch. Aber. Mal als Regentonne benutzen. Ja, aber wir haben da Säure drin. Oh. Was macht's, Alter? Auwe. Was schießt denn da auch nicht? Ich kann ja nicht nur mal Deckung. Alter, ich hab kein anderes zu tun hier. Danke, dass du ihn jetzt erstmals hast, ne? Du bist so ein Idiot, ey. What? Ja, jetzt natürlich. Klar. Jetzt kommt da irgendwie so ein Lutscher angeschissen. Und geht mal auf die Messe hin. Ja, das war's. Äh. Wollte ich mal sagen. Alter, wo kam der bitte jetzt her? Klar, das standen drei Mann. Ich hab sie gesehen jetzt. Deswegen hab ich auch gerade eine Hade geschmissen. Wo liegt's eigentlich? Ich hab mir grad runter geglitscht. Alter, es ist doch zum Kotzen. Ich hasse sowas, wenn das passiert. Auwa. So. Äh. Redlings, gibt's was Neues von Cordova? Wissen nicht, aber aus eurer Gegend höre ich schüttel. Wissen und säubern. Okay. Das dürfte das Kartell sein. Ich hoffe, der Kerl ist tot. Vielleicht begegnen wir ihm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da hast du mich von unterbrochen, als du da warst. Also, 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 angekommen bist du hier. Oh, Digger. Der hat's aus dem Kopf. Hach. Hab ich gerne gemacht. Wollte ihn eigentlich grad schlagen, ne? Und dem Moment kam das in der Hand. Ich glaube, wenn du einen mit Messer... so, so, mit, so, mit zum Schwertteil, äh, töten willst, oder messern willst, ich glaub, das nimmt er so gar nicht an. Ach so. Ich glaub, da kommt so, oder so, in so'n Gefecht rein, was? So, dass du nicht denn, dagegen quasi wert. Runter, der Schocktötter hat dich! Hier so'n Witzer. Ja, sonst nehmen wir den Helm. Echt, lol? Ja, sicher. Das hätten wir das ja eben nicht ausprobiert. Auf oben. Unten. Oben. Pfff. Immer fass, Zapp. Komm schon. Achtung. Aua, aua. Hab nix. Das Gute ist... Ähm, hier ist es ja so, da hörst du ja, wenn das Magazin langsam leer geht. Mhm. Ich hatte vor, dass ich den Sound irgendwie für die Videos übernehme. Meinst du, das schaffst du? Joa, ich brauch das eigentlich nur rausfiltern. Oh, schwer... äh, schwer. Läuft. Ähm. Dann hat er jetzt nicht unbedingt so die, 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 die... Man kann auch dieses Schusstraining machen. Mhm. Davon bräuchte ich den Sound ja von der Spiel nur aufnehmen, den Sound rausfiltern. Das war's auch schon. Das könnte ich noch ein bisschen pitchen für Videos und dann war's das. Mhm. Was auch schlecht ist, dass man das mit dem Spiel gar nicht... Ich zieh das in den Kopf. Ich bin gleich down. Ich muss uns... in einem Auto verschieben. Gnade! Alter. Bleib hinter mir, Junge. Ich hab doch das Schild. Alter. Was Blech aushält, wa? Ey, ich hab ein MG, nochmal so zur Info. Deswegen sag ich ja, was Blech aushält, der kann nicht angehen. Das ist die Tür! Ja, bin getötet dadurch. Call of duty, Leute. Auf. Leht noch, leht noch. Lott. Diese verreckige Penner da oben nicht, ich versteh's nicht. Nein, ich sag jetzt nicht, weil ich auf dich geschossen hab. Vorne. Ich bin mir ein Schild wieder. Ja, sie bin ein Schild! Alter, Mann! Bleib liegen! Ja, es sind solche Muschi-Leckereien ganz im Ernst. Ich geh mir voll auf den Sack gerade. In dein Gesicht. Hast du denn getötet? Das kann ein G-Nachladen. Ich geh jetzt ein bisschen hin. Oh, Peter, das ist nicht so gut. Das ist jetzt ein Schild. Ja, du verstehst. Lott, das ist ein bisschen... Posse, Alter! Das war ne doch Fatze! Bleib hinter mir wieder. Hier, Schild. Schum, schum, schum. Erstmal Munition sammeln. Zack! So. Kann das sein, dass ihr die Renne-Animation verkauft, die die geklaut haben? Wieso? Ja, wenn du mit dem Schild sprennest, sieht das genauso aus. Das wird wahrscheinlich überall so aussehen. Ja, das können wir noch andere geschalten. Ja, das ist ja Lachs. Wie kann man bloß so armselig sein und Cowboy-Hüte tragen? In der neulichen Zeit. Das ist gay! Das ist meine Meinung. Ich hab dir doch grad einen gegeben, Junge! Ungefähr so weit war ich vorhin auch. Okay. Und dann bist du nachher... Hast du nachher geklingelt. Aha. Leute. Wieso Scheiß geht das? Kannst du vorstoßen? Öh! Ich hab die Schild geschissen auf den Schwast. Musst du mal gucken. Erstmal alles nachladen. Daran hab ich mal schon gedacht. Alter, wo kommt Bradley jetzt schon wieder her? Bradley, das ist der angeschossen. Ja, ich weiß, aber der hatte doch Gordo wohl verloren. Und dann hatten wir Gordo wohl auch aufgeladen, bis zum Freien, wo Bradley jetzt wieder herkommt. Ja, das ist, äh, wir sind doch... Ja, als wir ihn aus der Dings geholt haben, aus der Tür, ich weiß nicht, ob du es mitgelesen hast, äh, Bradley hat ihn ja gerettet, Cordova. So, und Cordova wollte nicht unter seinen Beschützer, oder seinen Retter gehen. Und deswegen... Und ich kann die Gegend, vielleicht sind noch welche übrig. Äh, sie ist ja wieder zu Bradley gelaufen. Also, weil Bradley hat noch lebte. Sein, sein, sein Kollege Pike ist ja tot. Die sterben mir irgendwie viel zu viele, von denen, ey. Ja, also dafür, dass wir so eine, äh... Amateure sind, ne? Ja, so in etwa. Halten wir ziemlich gut durch, ey. Meinen Sie, als wenn die Vollprofis vom ersten Spiel da eine schon tot ist? Okay, Salem war im ersten schon ein Arschloch, aber... Okay, deswegen hab ich auch gespielt. Ich find das voll scheiße, dass er gestorben ist, ey. Schöße! Der hat sich im Visier! Bewegung! Lord. Ist er grad einfach verschwunden? Ne, aber er hat ihn getroffen. Guck, Salem liegt... äh, Dix liegt da jetzt. Bradley. Was? Ja, klar. Das Geile ist, jetzt kommt's gleich, Alter. Achso. Pass auf, ey. Komm schon, wir bringen dich hier raus. Was soll denn... Puff! Erstmal überfahren, Alter. Hast du das gesehen? Jetzt kommen wir bei... Auch erstmal Zwischenbefanz. Alter. Die verretten hier, wie die fliegen. Und dann sind das so Tode, die einfach lächerlich sind. Das erinnert mich an Halo Reach. Das ist die erste, die in ein Team gestorben ist. Einfach durch den Kopf los. Einfach Fatz und das war's. Die anderen sind so epic. Der, wo ich halt mit der Maske mich inspiriert hat, der hat einen Totenschädel. Der hat sich mit den Eliten angelegt. Den einen knallt er mit der Schruppe. Der hat den anderen. Der eine rammt in das Schwert durch. Dem rammt er nochmal das Messer in den Kopf. Das ist so richtig epic. Und Sieg... Einfach nur Part kopflos ist was. Das ist so Fail, Alter. Was ist das, Alter? Oh. Toll, wo bin ich jetzt schon wieder? Wie? Hä? Du bist mit dabei. Die rollen sich doch nur... Die sind weggerollt. Wo haben sie da bitte Schaden genommen? Vielleicht benommen worden oder so getroffen worden. Ey, ich hasse dich. Ich finde deine Mutter... Also dass deine Mutter erlaubt hat, dass du existierst, ne? Dafür sollte sie sich schämen. So. Zum Arsenal. Weißt du warum? Ich kann mir jetzt... ...die Maschine... ...die weggeholt. Okay. Ich will mal überlegen, ob ich mir die holen soll. Weil ich hab... Mit der Schrot bin ich ja eigentlich ganz zufrieden. Ich würde erst mal mehr Geld sammeln, weil du kannst sie kaufen, aber nicht komplett aufrüsten. Ja, stimmt. Ah, ich hab ja... 17.000 kostet die und 24.000 hab ich. Also ein bisschen könnte ich ja auch schon dran verbessern. Toll. Weil ich bin so langsam mit der AK... ...wenn ich mich langsam leid, Alter. Äh, die AK ist schon die... Na? ACR. Achso, ACR. Das ist ja die ACR. Das sieht man ja wohl. Achso. Okay. Das ist immer noch besser als das andere. Wieso hat die eine überhaupt einen Salvenschuss? Das ist doch ein Schwachsinn. Die hier? Ja. Die ist so geil in Automatik. Ich verstehe euch nicht, warum die hier Waffen mit Salvenschuss gemacht haben. Und da denkst du dir, das kann echt nicht wahr sein. Ja, soll ich mir nicht holen? Mehr Reichweite, Mobilität, Akku. Mehr Schaden, weniger Feuerrate, weniger Präzision. Oder eben die Maschinenpistole, die MK. Was ist das? Los. Das Visier ist noch nicht so wichtig. LOL. Was ist denn Schalldämpfer, Junge? Mit Schalldämpfer spiel ich schon gar nicht mehr, ey. Mobilität. Ich weiß, 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 ich weiß. Was ist das? hat das ist ganz anders schloss das ist falsche Kaufe ich habe es vergessen so habe ich doch das eine auf wir haben die Kiefer nach Hause das Geld rausgeschmissen das hast du nie geholt ich habe vergessen dass ich das noch habe ich habe es jetzt komplett rot gemacht ich bin ein Idiot ja das bist du ich mag Züge ja man